hallo und herzlich willkommen zum nächsten part von lego city undercover hier auf gaming paradise ja leute wie ihr sehen könnt befinden wir uns hier am bluebell nationalpark und hier werden wir dann jetzt auch das nächste gebiet erobern bitte allquatsch gebiet erobern ja das nächste gebiet bearbeiten was wir dann ganz lego city irgendwann dann auch zu 100 prozent abgeschlossen haben kleine änderung zu bisherigen parts die ich noch ankündigen möchte und zwar werde ich das jetzt so machen dass wir im bluebell nationalpark machen das nächste level dann weil es nicht anders passen würde zwei gebiete und dann das nächste level dann immer wieder gebiet level gebiet level bis zum schluss und bevor das letzte level damit das spiel beenden werde ich erst dann wieder rein gehen und mir kostüme und die autos kaufen ansonsten werde ich das jetzt einfach nicht nach jedem part machen weil das auch ein bisschen aufhält finde ich und ansonsten bleibt mal nicht viel weiter zu sagen außer so ich sollte euch mal damit weitermachen außer wenn euch diese kanal hier gefällt und auf meine parts dann würde ich mich sehr über ein like unter dieses video hier freuen und auch über ein abo gerade an die die neu dazugekommen sind wäre das ganz lieb und vergesst ich denke die glocke zu aktivieren um keine weiteren videos mehr zu verpassen aber jetzt würde ich sagen genug gequatscht legen wir los mit dem video und wird dann mal diesen bären da was so einfach schwimmen menschen menschen ist klar gut das hier manchmal hakt falls sie irgendwelche nebengeräusche hören solltet und das teilweise von draußen ich hoffe es hält sich in grenzen aber kann ich leider nicht von ändern leute ich versuche schon möglichst wenn irgendwas ist drüber zu quatschen das geht es hier auch in erster linie um das video selber und nicht unbedingt um die tonqualität die natürlich auch passen sollte klar deswegen werdet ihr auch merken oder habt ihr vielleicht auch schon gemerkt dass sich meine videos ständig verbessert haben was verändert haben und ich hoffe das ist eine verbesserung für euch geworden ist und jetzt runter damit und holen wir mal den fisch hier aus den bären drüben und wenn man nach man sind schon was feines haben wir den bären auch verscheucht kann man das zelt jetzt aufbauen das habe ich glaube ich eben nicht gemacht natürlich könnte man die auch einfach suchen aber ganz ehrlich leute das würde ewigkeiten dauern jetzt haben wir das auch mal spannend wie viele platz für jetzt für das gebiet brauchen wir das hat auch relativ groß aus aber das werden wir dann oder ihr dann sehen zweiter ist mal die schnellboot wie sehr Natürlich kann er da lange fahren, macht vollkommen Sinn. Es war hier. Ob nicht, dass uns kein Helm greift, aber Spiellogik halt, ne, man kennt's. Jo, haben wir das auch fertig. Was, was ist das? Strange. Ach, Moment, nicht, nein. Gut, dass da nix war. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Das Gebiet machen wir dann zum gegebenen Zeitpunkt, aber jetzt sind wir ja wie gesagt im Nationalpark. Sorry Leute, das konnte ich grad nicht aufhalten. Ah, da drüben, Internationalpark wieder. Mach mal direkt das nächste Rennen. Ja, ich wollte aber nicht in das Auto von dem Typen rein. Ja, wobei, bevor wir da reingehen, schauen wir uns doch erstmal hier um. Ja. 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 das war doch was ich konnte drücken ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier haben wir den nächsten Go Ich weiß jetzt noch nicht, ob hier nur dieser Go war oder was anderes Bis jetzt habe ich zumindest noch nichts gesehen, sagen wir es mal so Hey! Da haben wir das nächste Kostüm gefunden schon mal Ist ja auch schon mal etwas Natürlich nicht zum Reikämpfer gekriegt Was auch sonst Ich meine mich aber erinnern zu können, dass hier mehr ist Da haben wir schon mal den wertvollen Felsbrocken gefunden Da rechts war doch was Achso, ne Nö, nö, da war nix Mal schauen, ob das funktioniert Ich sag mal nein Jetzt kommt bestimmt ein Wohnhai Muss ja eigentlich Ich sag mal nicht Entschuldigung Achso Ich sag mal nicht Achso Dich Ich sag mal nicht Ich sag mal nicht Eich Ich sag mal nicht Na gut, haben wir das schon mal erledigt? Achso, das ist über uns. Wir haben eine Abkürzung. Oder auch nicht. Ne, leider nicht. Na, gucken wir mal jetzt, was die Brücke hier kommt. Oder? Moment. Nehmen wir die Straße hier. Polizeiangelegenheit. Hu 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 hu. So, da sind wir wieder, wo wir hinwollen. So, mehr oder weniger? Ja. 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 Ja gut, hier gehen wir gleich wieder hin. Das ist ja nicht wirklich weit. Achso, ja. Eigentlich wollte ich da hin. Hm. Na gut. Alles Knirchen. Dann gehen wir doch erst auf die andere Seite. Ja. 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 Das war jetzt einfach. Das war jetzt schon. Okay, haben wir das auch. Und jetzt war doch hier irgendwo. Hier wollte ich hin. Gut, hier waren wir sogar schon mal, das hätte ich eigentlich sehen können. Na egal. Ah, okay. 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 Jetzt haben wir uns nicht wieder eingebaut. Und schnappen wir uns den Penner mal. Okay. Okay. Gut. Eins los. Nicht schlecht. Ich bin weg hier. Halt im Namen des Gesetzes. Gut, haben wir den auch. Moment. Ja. Moment. Na gut, wir sind auch gar nicht da, wo wir hätten sein sollen. Das kommt ja noch hinzu. Dann kann ja hier gar nichts sein. Ich sollte gleich noch mal langsam schauen, wie lang dieser Part geht, weil ich den auch nicht zu lange halten möchte. Okay, hier haben wir irgendeinen Flugdinger. Und ich werde hier noch auf jeden Fall mal langsam den Part beenden. Habe ich gerade mal herausgefunden, beziehungsweise habe ich herausgefunden, dass der Part schon lang geht. Und wir hier mal langsam meine Ente finden sollten. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu deutlich hörbar. Wenn ich mal im Ernst, ich möchte jetzt doch noch, komm, eine Aufgabe machen wir noch schnell. Ich sage aber dann jetzt schon mal Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit dieser Folge hier. Einen schönen Abend euch. Und ja, haut rein Leute, ciao. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag.